Wir haben uns ganz bewusst für die DGNB entschieden, weil wir einerseits vor längeren, vor acht, neun Jahren bereits mit Werner Sobeck einmal damals gesprochen haben und er uns das ans Herz gelegt hat. Und wir waren ganz besonders darauf ausgerichtet, eine Gesellschaft oder eine Organisation zu finden, die sich hier in Deutschland mit den europäischen, aber mit den deutschen Themen besonders auseinandersetzt und hier auch anerkannt ist. Und die DGNB ist die führende Plattform oder Zertifizierungsstelle und vor allen Dingen, wir sprechen die gleiche Sprache und kommen aus dem gleichen Ursprung und auch die Nähe zur DGNB hier in Stuttgart hat uns von Darmstadt aus sehr gut gefallen und wir glauben, dass das einfach die ganz richtige Entscheidung ist.